Die Welt war schon der Dunkelheit geweiht, doch ein schändliches Licht legte sich über sie. Sie bewirten sich von Feiglingen, denen nichts teurer ist als ihr alberner Fein. Früher war das anders. Wohin man auch sah, logerte der Kampfgeist. Wohin man auch sah, logerte der Kampfgeist. Wohin man auch sah, logerte der Kampfgeist. Wohin man auch sah. Doch nun werde ich der Welt ihr altes Antlitz zurückgeben. Ich werde sie nach meinem Willen formen und beherrschen. Wie es einem König gebührt. Sie sehen ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Das werden wir noch sehen. Kling! Na? Ist das schon alles? Nein! Vielleicht dein letztes Gewinn! Da hab ich gesagt, verrecke! Was? Okay, der kann auch ausweichen. Ich hab recht. Entschuldigung meine Freunde, jetzt kriegst du eine. Nimm das! Nimm das! Nichts da! Nimm das! Ah! 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 Das bin ich mal dran! Na wie hat das denn geschmeckt, hä? Bruder! durchgesegelt heilige Scheiße komm schlucki geile Musik im Hintergrund er ist ein bisschen dran doch es war nicht mehr als ein bloßes Vorgeplinkel jede Faser meines Körpers dürstet nach noch gewaltigerer Macht also jetzt streng dich die Faser auch mal an ja der Bildschirm ist zu Ende jetzt nun trittst du von der und diesmal wirst du mir als nur deinen Arm blüßen was was wirst du dir nichts was ist na ja was dazu gedacht von hinten eingreifen oder wasser vergisst es ich komme gerade richtig nun bringen wir es zu ende ich gehe aus dem weg hier Minero Ich würde doch hier dein kleines Opfer da fertig machen Ob ich gegen den Anklub was machen kann, weiß ich nicht Krass, ich freu ein bisschen zu früh Oh, ich strecke lieber ein bisschen an hier Das Katana hat auf jeden Fall nicht seine Größe, würde ich sagen Daneben Netter Versuch Na warte Hat er mir gerade ein Herz weggenommen Also so richtig weggenommen Der nimmt mir wirklich ein ganzer Zweck und zwar komplett Was ist frech Was ist frech Boah, so langsam wird es ein bisschen enger bei den Schildern hier Auf geht's Oh, jetzt hat er gegen meinen Schild geschlagen Man hat sich selbst verletzt Idiot Bei den Dingen muss man echt aufpassen Einer wird er doppelt ausweichen macht, ne? Echt, Lachs Nein Oh, das ist fies, ne? Dann nimmt er nicht die Hatzen weg Kleine Ratte Ob ich hier auch mal was hochschießen kann? Oh, wie wäre es denn hier mit David? Okay, das wirkt auf jeden Fall Ah, die kleinen Ratten, die jetzt verfolgen die Dinge, ob ich so wahr? Also mit Pfeil und Bogen wird er auch sehr gut gähnt Das weiß ich aber hier aus Ich muss den nächsten Schlag ausweichen kriegen Ah, der Kritik rieche ich aber nicht, der kommt so schnell Dass er so erwischt, als ein Herz zu verlieren Oh, das ist ein Herz Nuts er strengt sich wirklich an er hat es ernst genommen er strengt sich wirklich an er hat mich hingekriegt Nailed it! Mach sie gut! Ich sollte über alles herrschen! Du hast wieder gehört, die Macht! Unmöglich, dass ich ein Weib wie du besinnt! Mein Fleisch und auch mein Geist, sie sind mir gleich! Abreiß ich euch mit in mein Verdamm! Tiefe Finsternis, umhöhle diese Welt auf alle Zeit! Ape máximo. Mach! CT gör! Ape Achhy therein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klar, dass das noch nicht zu Ende ist War bisher ein guter Kampf, war tatsächlich sogar herausfordernd, würde ich sagen Na ja auch ausweich, damit muss ich gar nicht gerechnet Schauen wie es weitergeht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Da fiel ewig, ja geht fast nicht mehr. Jetzt noch Luftkampf. Abspringen? Okay. Jetzt irgendwie ja was drauf. Ist immer noch irgendwo. Gucken wo die hinfliegen. Nur um zu holen. Schieß dir mal ins Auge. Gut, da scheine ich dich zu hüten. Oh, da kann ich mir jetzt mal. Irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, was ich tun soll. Was kann ich dir Gutes tun? Oh, da hat sie mich aufgefangen. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Jetzt fliegt er hier unten lang. Vielleicht muss ich ihn genau ins Maul schießen. Liegen halt noch viel zu weit. Das interessiert dich gar nicht, ob ich den ins Auge schieße. Was muss ich machen? Ach guck mal, da ist noch was, oder? Ah, da sind jetzt irgendwelche Punkte. Vielleicht wenn ich hier mit einem Auge hin schieße, müsste er jetzt drauf gehen. Natürlich nicht. Oh Gott, komm ich da jetzt mal hin? Hm. Ich glaube, das müsste es sein. Sei da, fangen wir nochmal auf hier, meine Gute. Jetzt fliegt er hier einfach los. Hallo? Das ist viel zu schnell. Alter, ich komme fast gar nicht voran. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall mal getroffen hier. Irgendwas habe ich getroffen. Jetzt schieße ich da mal eine fette Bombe rein. Was haben wir hier noch? Hier, gib doch Knochen. Habe ich hier noch was? Mal her, das Zeug hier. Will ja weiter rauf schießen. Okay, das Ding ist weg. Ihhh, da kommt die super raus, ey. Okay, ich glaube, ich springe nochmal ab. Tschüss, dein Recher mit dem neuen Essen. Oh! Oh! Super. Tsch, tsch. Das war's für heute. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Das war aber im ersten Moment überhaupt gar nicht klar. Jetzt fliegt das mal wieder los. Oopsie, wollte ich eigentlich auch nicht schießen? So, die Elfte haben wir, aber hat er jetzt noch was auf dem Rücken? Ich sehe nichts mehr auf seinem Rücken. Doch, da ist noch eins. Da-da-da! Da-da-da! Jetzt wird alles rot? Okay. Um. Da-da! 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 Da-da. Da-da! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.